Wir beginnen mit dem BenQ W2700. Um Inhalte im hochauflösenden 4K-Format darzustellen, solltest du nicht nur auf die Kompatibilität dieser Auflösung bei einem gut ausgestatteten 4K-Beamer achten, sondern auch auf einige andere Faktoren, wie sie beispielsweise der W2700 erfüllt. Dieser ist ein Modell, der perfekt für modernes Heimkino verwendet werden kann. Neben der Auflösung in 4K erwartet dich auch ein sehr guter Kontrast und Cinematic Color, also eine optimierte Farbdarstellung. Die Helligkeit von 2000 Anti-Lumen und der Kontrastwert von 30.000 zu 1 sorgen für eine sehr gute Bildqualität. Es gibt auch eine integrierte Zoom-Einstellung, bei der der W2700 automatisch die Fokuseinstellungen anpasst und das Zoom-Verhältnis optimiert. Auch an die akustische Qualität hat der Hersteller gedacht. Denn der BenQ Beamer hat Cinema Master Audio Plus 2. Dies ermöglicht die Verwendung breiterer Frequenzspektren, die dein Hörerlebnis mit klareren Höhen und tieferen Bässen bereichern werden, ganz ohne Rauschen. Ein weiteres Plus dieses Beamers ist Cinema Master Video Plus. Diese Technologie wird jeden gewöhnlichen Raum in ein Heimkino verwandeln. Ein 4K-Pixel-Verstärker, ein Motion Enhancer und der Farbverstärker sorgen für ein einzigartiges Videoerlebnis.